Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Winkelsche The Little Shop. So, ich habe schon gesagt, langsam wird es so ein bisschen unübersichtlich, aber so ist es halt. Das muss dann... Aber wir könnten mal... Ne, wir wollen jetzt keinen Stahl kaufen. Oh, ich preite jetzt gerade günstig. Ja, Käse nicht so, Bohnen auch nicht. Ja, was bräuchten wir denn? Was bräuchten wir denn? Wir bräuchten... Spargel können wir... Wir bräuchten auf alle Fälle hier... Wo ist es denn? Hier, Leinen. Oh, Leinen, super teuer, ne? Aber wir brauchen es genauso wie Wolle. Beides super teuer. Ja, hier, hier, kaufs. Und dann hierher, wir brauchen nämlich... Ja, das brauchen wir, da brauchen wir zwei Stück mindestens. Hau mal raus, hau mal durch. Haben wir gut. Wie sieht es hier aus? Da können wir auch noch einen machen. Dann machen wir doch da noch einen. Sehr schön. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie sieht es denn hier aus mal mit... Wo sind sie denn? Die müssten doch... Äpfel müssten doch jetzt momentan, oder? Boah, auch... Super teure Äpfel. Aber wir gönnen uns Äpfel. Dann hier an die Küche ran. Und dann hier Apfelkuchen. Wir wollen... Ja, wir wollen alles an Apfelkuchen. Viermal Apfelkuchen. Hau durch. Gib. Und da haben wir natürlich kein Kochen mehr. Verdammte Axt. Also hier einmal raus, einmal rüber. Einmal schön gießen. Dann hier, da gehen wir mal ran. Zack, da ist gegossen. Jetzt wird geerntet. Hinaus damit. Jawohl. Und dann hier zweimal. Ja, komm, dann hau die Beine auch noch rein. Wat sollet? Schieb dat nach. Mach das. Tu das hier rüber. Da einmal gießen. Dann hier Korn einmal gießen. Hat er vorher nicht gemacht. Verdammte Axt. Hier hin. Nachpflanzen. Sehr schön. Ja. Und Blaubeeren. Wie sieht es aus mit Blaubeeren? Blaubeeren brauchen wir gerade mal nicht. Da können wir einmal nachgießen. Da hätten wir das. Wie sieht es aus mit Spargel? Spargel haben wir eigentlich. Hier geht auch. Hier geht auch. Hier geht auch. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Kartoffeln haben wir. Unmengen an Kartoffeln gerade. Wie sieht es hier aus? Hier ist alles gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, geht es hier weiter. Dann hier rum rüber. Was wollten wir jetzt gerade genau? Wir wollten ja noch so ein falscher Tisch. Hier hin wollten wir. Wir wollten noch so einen Apfelkuchen. Oder Apfelkuchen wollten wir. Wir wollten Apfelkuchen. Ja. Genau. Und wir brauchen noch eine Kiech. Wir brauchen auch zweimal Kiech. Brauchen wir noch. Ja. Dann brauchen wir hier Getreidebrei. Brauchen wir auch mindestens zweimal. Zweimal Getreidebrei. Dann Brot. Brauchen wir auch eigentlich noch zweimal. Hier. Drück es mal durch. Ich glaube ja, Kuchen brauchen wir nicht. Wir brauchen hier. Da brauchen wir noch einen. Der muss einfach. Jawohl. Wie sieht es hier aus? Da könnten wir uns theoretisch auch noch mal einen rauskretenzen lassen. Ja. Dann sieht das doch an sich eigentlich ganz cool aus. Was geht uns denn? Uns fehlen Stiefel. Mensch. Wir haben keine Stiefel mehr. Weil wir keine. Weil wir keine Wolle mehr haben. Wie viel Leder haben wir? Wir haben fünf Leder. Wir brauchen Wolle. 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 Da ist die Wolle. Ich hau noch mal Wolle raus. Hier. Zack. Wir können nur noch zwei herstellen. Das machen wir jetzt aber. Okay. Wunderbar. Und dann würde ich sagen. Öffnen wir. Wie macht man eigentlich das hier? Kann man das irgendwie? Keine Ahnung. Hm. Dann würde ich. Können wir. Da ist alles. Mensch. Alles. Alles. Bomben. Qualität. Wir öffnen. Was? 150. Warum haben wir denn 150? Der beste Arbeitgeber. Wow. Wir sind also der beste Arbeitgeber. Das gefällt uns gut. Ja. Also. Ich. Ich finde das. Ich finde das schon toll. Wenn wir hier gute Arbeitgeber sind. Ja. Da ist nochmal natürlich schön Kuchen nachgesteckt worden. Sehr gut. So muss das. Mein Gott. Mir fällt gerade auf. Vielleicht sollten wir mal. Ich weiß. Das ist auch super teuer. Wir kaufen das mal zwei. Hier. Dann. Wo bleibt da? Wo bleibt der Mann mit dem Rucksack? Da ist der Mann mit dem Rucksack. Hm. So. Jana. Der Mann mit dem Stahl ist da. So. Hier. Da gibt es Blaubeeren. Da gibt es Apfelkuchen. In Premium Qualität. Hier gibt es Äpfel. Hier gibt es richtig lecker Äpfel. Wir nehmen mal 15 Stück. Ja. Komm. Kauf den. Was soll das? Kauf das. Geh hier hin. Wir brauchen Torf. Wir haben kein Torf mehr. Oh mein Gott. Kein Torf. Wie kann das sein? Ja. Hier wird ordentlich da. Oh. Wir haben kein Fleisch mehr. Oh. Ho. Ja. Dann. Hier. Abweisen. Wir müssen. Wir müssen Fleisch nachbestellen. Es hilft ja nichts. Hier. Wo ist es? Da ist es. Da ist Fleisch. Oh. Das ist auch richtig Geld. Fünf können wir nachbestellen. Hau rein. Hau rein. Bestell es. Mach es. Dann. Oh. Lobke ist aufgestiegen und erwartet mehr Lohn. Lobke. Ha. Boah. Evelina. Hm. Eveline. Und nochmal eine Jenna. Nein. Die andere heißt ja Jenna. Ja. Jenna. So. Du bist aufgestiegen. Du willst mehr Lohn. Dein Lohn ist 53. Du verdienst 51. Natürlich gehen wir auf 58. Hier. Akzeptieren. Wie sieht es bei dir aus? Verdienst 70. Lohn 75. Haben wir das jetzt gerade richtig drum gemacht? 51. Verdienst sie. Lohn ist 58. Das ist natürlich falsch. Ne. Quatsch. Nicht hier. So. Da. Da hin. Akzeptieren. Schließen. Danke. Was hast du hier dabei? Sage mir Mann. Was hast du? Du hast Kamillensamen, Lavendelsamen. Du hast Abweisen. Oh. Du möchtest hier. Ja. Verkauf ich dir gerne. Mach mal. Alles ist gut. Nägel. Ja. Haben wir. Haben wir doch. So. Dann brauchen wir. Wir brauchen Torf. Da ist Torf. Wir brauchen Torf. Wir nehmen mal drei Torf. So. Lobke. Der Mann mit dem Torf ist da. Ja. Jetzt. Du kriegst gleich. Keine. Jetzt. Da können wir es verkaufen. Du willst Wolle. Haben wir keine Wolle mehr? Doch. Wir haben noch Wolle. Zack. Hier rein. Hier hin. Dann Messer. Schmiede er zwei Messer. Klack. Aus Stahl. Jawoll. Da ist gut. Oh. Was hast du anzubieten, mein Freund? Was bringst du uns? Du bringst uns Eisen. Du bringst uns günstiges Eisen. Das nehmen wir gerne. Du bringst Mistgabeln. Wir nehmen auch noch zwei Mistgabeln. Und wir nehmen ja jetzt. Der hätt's. Der hätt's günstig gehabt. Wir nehmen auch noch mal Torf. Ich würde sagen, wir nehmen auch noch. Naja, nehmen wir nicht. Okay. Gut. Passt. Der ist glücklich. Das haben wir nicht mehr. Tut mir leid. Es tut mir leid. Lieber. Lieber Mann ohne Namen. So. Lobke. Jana. Ihr könnt eigentlich praktisch. Könnt ihr nach Hause gehen. So. Wir gehen mal hier hin. Und dann werden wir hier mal ein Messerchen hinlegen. Jawoll. Genau. Dann haben wir da wenigstens schon mal ein bisschen Zeug. Wenigstens haben wir da dann schon mal ein bisschen Zeug. Ne. Das ist ja. Haben wir die Fachten hier? Wir haben die Fachten hier. Okay. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Wir müssen das irgendwann mal in Abteilungen sortieren. So richtig sortieren in Abteilungen. Das. Das glaube ich könnte. Hier. Da drüben muss noch gegossen werden. Da müssen wir hin. Da müssen wir ran. Hier einmal bitte. Dann hier einmal. Hier einmal. Und dann gehen hier natürlich sofort wieder nach innen rein. Zack. Sehr schön. Da lang. Mach. Hinaus. Sehr schön. Und wir sind natürlich wieder überladen. Da bitte. Gieß den. Gieß den. Bert. Gieß Bert. Gieß Bart. Egal. So. Dann hier wieder rein. Renn Mann. Renn. So. Sehr schön. Gab nur 16 Stück. Okay. Also 4 pro. Naja. Dann ist das halt so. Wir müssen mal gucken. Wie sieht's denn. Oh. Oh. Okay. Wir müssen hier auf alle Fälle. 4 Stück brauchen wir schon. Jawohl. Schön. Drück es durch. Oh. Jetzt werden sie. Jetzt werden sie richtig gut. Jetzt werden sie langsam. Aber sicher richtig gut. Da haben wir noch. Da haben wir auch noch. Hier. Da brauchen wir auf alle Fälle noch mindestens. Eher so. Also eher so. So. Hau die mal. Drück die mal durch. Da da. Mach das mal. Jawohl. Da haben wir noch 9. Da haben wir 5. 7. 7. 6. Gut. Das haben wir also. Und dann benötigen wir. Essen haben wir. Wir würden benötigen. Passt auf. Und zwar. Ich glaube. Wir haben. Doch. Wir haben Hufeisen. Wo sind denn die Hufeisen? Warum werden uns die hier nicht angezeigt? Weil wir die nicht auf Lager haben? Oder. Wie sehe ich das? Wir gehen mal hier. Wir können keine Hufeisen. Nägel. Ich würde sagen. Wir hauen mal 2 Nägel durch. Und dann tauchen die hier auf. Schau mal. Einer guckt. Ach. Dafür hätten wir Holz benötigt. Okay. Holz haben wir jetzt natürlich keins. Holz haben wir jetzt keins. Oh Gott. Wir brauchen schon wieder hier. Hier. Wir bräuchten schon wieder. Die bräuchten wir schon wieder. Da. Hier. Okay. Wir brauchen eh Holz. Verzeihung. Da plagte mich ein Huster. So. Wir brauchen. Holz. Hier ist Holz. Holz ist teuer. Holz können wir nicht kaufen. Denn wir sind vollkommen überladen. Das bedeutet. Wir sind überladen. Also öffnen wir den Laden. Mach mal hier. Zack. Danke. Okay. Wie sieht es? Hier können wir nicht rein. Wie sieht es? Warum können wir hier nichts drin? Was fehlt uns hier? Warum können wir hier nichts rein tun? Weil uns Holz fehlt. Okay. Ich verstehe. Natürlich. Wie sieht es denn aus mit Wolle? Ich glaube wir haben nirgendwo Wolle drin. Zack. Hier pack mal Wolle da rein. Pack da mal Wolle rein. Dann gehen wir hier vor. Eva. Schönen guten Morgen. Jana. Gut, dass ihr da seid. Da ist Lobke schon wieder. Wie sieht es hier aus? Marte. Ah. Nicht so viel zum Einkaufen dabei gehabt. Okay. Ich verstehe. Du möchtest. Torf. Wir haben Torf. Bitte. Gönn dir. Was hast du hier? Du hast Fleisch im Angebot. Ja. Fleisch im Angebot läuft. Also. Er hat zwei Fleisch. Zange. Lavendel. Holzschuhe. Was hast du denn sonst noch? Fleisch. Salbei. Sei. Oh Gott. Erdholz. Natürlich hat er Holz. Und natürlich hat er günstiges Holz. Schließe er. Laufe er hier hin. Gehe er da lang. Hier. Mach. Trisches durch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Marmelade. Hine. Auch. Hier mal. Mach hin. Er hat gutes Holz. Wir müssen gutes Holz kaufen. Komm schon. Mache. Sehr gut. Okay. Dann haben wir wenigstens da wieder ein bisschen. Okay. Hier. Möchtest du. Kriegst du. Natürlich. Hier. Holz. Alles an diesem guten Holz wird gekauft. Hier. Der hat wenigstens mit null. Ja. So würde ich sagen. Oder? Ich glaube so ist. So ist ganz gut. Das kann man machen. Torf jetzt eher nicht. Wie schaut's denn? Wie schaut's aus? Der hatte doch diese Holzschuhe. Hier. Die sind plus. Wo waren denn die anderen Holzschuhe? Die der hatte. Der hatte doch noch mehr Holzschuhe. Oder? Ne. Hat der ja nicht. Okay. Dann kaufen wir das. Dann gehen wir hier hinter. Was möchtest du? Du möchtest diesen hervorragenden Eintopf haben. Natürlich. Bitteschön. Gönn dir 45. So. Hier. Ähm. Wir machen zweimal. Dreimal. Wir machen sie dreimal. Jawohl. Dann sind die ganzen weißen. Das ganze weiße Holz ist dann weg. So. Sehr gut. Dann müssen wir hier hin. Wir brauchen unbedingt Wolle. Wir brauchen irgendwo einen, der gute Wolle für uns hat. Pest ist auch immer noch. Ne. So. Was hast du für uns? Sprich. Okay. Du hast dieses Holz. Wir kaufen dieses Holz. Ist in Ordnung. Kann man machen. Wir kaufen diesen Salbei. Wir kaufen alles an diesem Salbei. Wir kaufen. Auf alle Fälle. Dann machen wir gerade Zahl draus. So kann ein Schuh draus werden. So. Hier Äpfel. Gute Äpfel. Einen Apfel. Aber keine Wolle. Ne. Gar nichts. Okay. Kaufe. Der hätte auch Torf gehabt. Verdammte Axt. Zu spät gesehen. Egal. Habe ich nicht. Tut mir leid. Ich habe momentan leider kein. Kein Leinen da. Dann kaufen wir mal drei Leinen. Drei Leinen. Daran können wir sie halten. Ha. Hier. Leder. Haben wir. Kannste. Gerne. Das war jetzt aber glaube ich auch das letzte Leder. Und Jan. Mann. Okay. Natürlich. Verstehe. So. Das auch noch. Hervorragend eigentlich. Dann bitte einmal hier hin. Und wir haben. Das haben wir nicht. Da haben wir noch eine. Die nehmen wir. Und ansonsten. Wir haben für nichts mehr Wolle. Keine Wolle. Kein Leder. Kein gar nichts. Keine Wolle. Kein Leder. Kein nichts. Hallo. Hier hin. Bitte. Danke. Leder. Ja. Zweimal Leder. Und dann können wir nichts damit anfangen. Oder? Auch Handschuhe. Handschuhe können wir. Zweimal. Zweimal Handschuhe. Sehr gut. Jawohl. Handschuhe. Holzschuhe könnten wir auch. Dann brauchen wir noch. Da ist Kuchen. Da haben wir auf alle Fälle. Hier haben wir auch. Wie sieht es denn hier mit Tränken aus? Tränke wären vielleicht mal gar keine so doofe Sache. Hier vielleicht nochmal. Ein. Vielleicht nochmal fünf. Dann sind sie alle weg. Dann haben wir wieder zehn auf Halde. Okay. Yeah. Da fliegen die Guten. Da fliegen die Guten. noch und nöcher. Suppe, Zeug, Dingens. Nein. Okay. Dann vielleicht vier. Wir brauchen Wolle. Zwei Wolle. Was helfen mir? Zwei Wolle. Okay. Kauf zwei Wolle. Dann gehe ich hier hinten hin. Dann mach zwei Hemden. Zwei davon. Danke. Jawohl. Haben wir. Und dann gehen wir. Dann gehen wir ordentlich ein Gießband. Gießen. Dann gehen wir uns ein ins Beet gießen. Hahaha. So. Sehr schön. Einmal da lang. Hier rum. Hier runter. Hier durch. Hier rüber. Hier rein. Hier lang. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir auch. Sehr gut. Das läuft einigermaßen. Hier hinten läuft es glaube ich auch einigermaßen. Das bedeutet wir können eigentlich direkt wieder öffnen. In der Hoffnung dass dann die Pest auch wieder vorbei ist. Ja. Das. Hier. War unsere beiden. Hier. Die ist sie. Direkt. Jana da. Und wer ist hier? Beatke. Beatke ist auch schon wieder da. Aber schön wie sie hier alle durchlaufen. Ich finde das ja. Ich finde das ja toll. Ich finde das ja super wie die da so durchrennen und stöbern und gucken. Du hättest gern Alraune. Selbstverständlich. Haben wir. Haben wir Alraune nirgends mehr rumliegen? Ich weiß es nicht. Verkauf das bitte. Danke. Du hättest gern Hammer. Natürlich. Bitteschön. Nimm den Hammer. Du hättest gerne Leder. Haben wir auch noch. Ich dachte eigentlich ich hätte das ganze Zeug irgendwann mal irgendwo hin. Aber so kann man sich natürlich. Oh der hat Dorf. Nimm Dorf. Und der hat Wolle. Wir nehmen die Wolle. Wir nehmen die Wolle. Wir nehmen kein Dorf. Wir nehmen nur Wolle. Zehnmal Wolle. Hau rein. Wolle Wolle. Weil war Wolle Wolle. Du hättest gerne ein Hufeisen. Ich habe kein Hufeisen mehr. Wirklich nicht. Ja pass auf. Und schon habe ich ein Hufeisen für dich. Da schaust du ne. Hier verkaufe ich dir. Dann gehe ich gleich wieder zurück. Und nochmal ein Hufeisen. Natürlich. Ganz klar. Kein Thema. Hier bitteschön. Bitteschön junge Frau. Verkaufen wir. Natürlich. Natürlich haben wir Hufeisen. Wir haben so viele Hufeisen. Und wir verkaufen müssen. Ja. Drück doch da bitte nochmal zwei raus. Dann können die Damen auch wieder auffüllen. Sehr schön. An was mangelt es denn ansonsten noch? Hufeisen haben wir. Wir haben keine Nägel mehr. Ja. Hau mal. Hau mal raus. Sehr schön. Haben wir. Du hättest das gerne. Habe ich leider momentan nicht. Hier. Stahl. Okay. Du hast Stahl dabei. Du hast Holz dabei. Du hast Alraune dabei. Also mindestens einmal Alraune. Du hast Kamille dabei. Gute Kamille. Du hast Äpfel dabei. Ein Apfel. Stahl. Holz. Stahl. Holz. Jawohl. Läuft. Kaufen. Danke. So. Apropos Stahlholz kaufen. Hier. Auch nochmal so ein Messer durch. Und hier bräuchten wir auch nochmal zwei. Nein. Das waren zu viele. Egal. Egal. Ich habe sie zu spät gesehen. Wir haben keine Hämmer mehr. Wir haben keine Hämmer mehr. Wir bräuchten wieder Eisen. E-Eisen. Komm mal mal. E-Eisen. Wo ist denn da? So. Wo denn nur? Sagt mir. Da kam es gut nochmal rein. Da kam es nochmal gut rein. Jawohl. Die Damen. Einen wunderschönen Feierabend. Auf Wiedersehen. Okay. Also. An was mangelt es uns? Es mangelt uns nicht am Halt. Wir brauchen Kleidung wieder. Es mangelt uns nicht am Holz. Wir können hier, ne? Jawohl. Zweimal bitte. Mache. Dankeschön. Es mangelt uns am Leinen. Habe ich recht? Ich habe recht. Es mangelt an Leinen. Und es mangelt am. Hier. Am Leder. Kaufe er beides. Dann gehe er hier her. Und dann erstmal das da. Erstmal eine. Zwei. Okay. Dann hier Stiefel. Bitte auch. Zwei. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Nicht wahr? Jawohl. Dann brauchen wir nochmal vier Leder. Eins. Zwei. Drei. Vier Leder. Und dann brauchen wir noch. Leinen. Brauchen wir. Keinen. Nein. Vier Leder. Sehr gut. Hier hin. Da. Zweimal, ne? Jawohl. Das ist richtig. Dann hier bitte nochmal zwei von diesen formschönen Hemden. Oh, da kam ein Lila da zum Vorschein. Sehr schön. Hier geht eigentlich auch noch. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also, wie sieht's hier aus? Hier sieht gut aus. Da kann man. Hier müssten wir. Zumindest das müssten wir mal. Haben wir. Wie sieht's hier aus? Da sieht's gut aus. Okay. Hier ist alles gemacht. Getan. Gemacht. Getan. Getutet. Hepp, 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 hepp. Bitte. Hier ist auch alles. Sehr schön. Das bedeutet, wir können, wir können eigentlich direkt wieder öffnen, ne? Eigentlich, komm. Hier, was, was fehlt da? Was fehlt da? Da fehlt Getreide. Okay. Haben wir noch Getreide? Wir haben noch Getreide. Ich würde sagen, wir holen uns noch Getreide. Zumindest hier jetzt mal. Zack. Rein. Gleich wieder. Gleich wieder rein. Dai. Gebeam. Jawohl. Zack. Hier lang. Hier rüber. Hier durch. Hier ran. Hier haben wir nicht. Passt. Läuft. Und dann würde ich sagen, öffnen wir direkt wieder den Laden. Einen wunderschönen guten Morgen. Kommen Sie rein. Kommen Sie näher. Kommen Sie ran. Hier im Minestorius. Minestorius Emporius. Minotorius. Minotorius Emporius. Natürlich. Verdammt, hab ich schon vergessen, dass ich den Laden genannt habe. Hm. So, was fehlt eigentlich hier oben? Hier oben fehlt gar nichts. Okay. Ich würde sagen, wir packen hier nochmal Spargel rein. Einfach, weil wir es können. Du hättest gerne Kamille. Hab ich schon nicht. Hab ich schon nicht, weil habe ich schon nicht oder habe ich schon nicht, weil... Okay. Komm. Kommt mal einer hier zum Verkaufen. Da kommt doch gerade einer. Ich sehe doch den Mann mit dem Rucksack schon. Komm näher und sage mir, dass du Eisen hast. Du hast Hufeisen. Nein, ich brauche Eiseneisen, nicht Hufeisen. Hufeiseneisen hilft mir nicht. Missgabeln haben wir noch sechs Stück. Hufeisen haben wir keine, aber das geht. Ich würde sagen, wir kaufen direkt alle sechs Hufeisen. Kaufe. Kaufe er. Und jetzt hat er vergessen, Leder mitzunehmen, obwohl er gerade super günstig Leder hatte. Äh, habe ich nicht. Tut mir leid. Allraune, selbstverständlich. Hier, junger Mann. Nehmen Sie. Es wäre doch so schön, wenn jemand... Sie hätten gerne Eisen. Stahl. Haben wir. Stahl haben wir. Eisen hätten wir keins gehabt. Stahl haben wir jetzt auch keins mehr. Keinen mehr. Verdammt. Entschuldigung. Das Stahl. Wessen Stahl? Der Stahl. Karsten Stahl. Zum Beispiel. So, hier, du hättest gern Hammer. Du hättest gern... Was verkauft es? Da ist Stahl. Ah, Eisen. Eisen. Kollege, bitte. Kein Stahl. Eisen. Okay, Stahl. Viermal Stahl. Dann hier. Hemden. Kauf sie alle. Da brauchen wir nicht. Missgabern brauchen wir auch keine. Kauf ein. Tut mir leid, habe ich nicht. Leder sollte es auch keins mehr da. Sorry. Es tut mir leid. Ich weiß, wir brauchen mehr Lagerkapazität. Äpfelchen da bitte. Einen mit auf dem Weg, ne? Ja, ja. Wohlstandsgesellschaft, ich sehe schon. Kriegst du jetzt gern Leder? Ich habe kein Leder mehr. Es tut mir leid. So, wir kaufen Leder. Wir kaufen sechs Leder. Und wir kaufen sechs Eisen. Und dann warten wir, bis da noch jemand ankommt. Da kommt noch jemand an. Hervorragend. Komm näher. Tritt ran. Mensch, bis zum letzten Augenblick hier, ne? Bis zum letzten Augenblick. Ja, danke. So, Lobke. Du kannst auch nach Hause gehen. Schön, dass du da warst. Danke. Wir haben keine Nägel mehr. Wir machen dreimal Nägel. Richtig. Dreimal Nägel. Und wir haben keinen Hammer mehr. Wir machen auch noch dreimal Hammer. Weil der Laden der Hammer ist. Deswegen machen wir das. Genau. So, dann haben wir dieses, jenes, einige und welche. Da ist Leder. Da ist... Hier. Guck mal. Hier, vielleicht sollten wir das Zeug wieder aus dem Sortiment nehmen. So wie Leder oder so, ne? Also irgendwie... Habst du das Gefühl vom... Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, hier. Dann hier. Einmal. Danke. Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir auch. Der Apfelkuchen geht natürlich wie Hulle, ne? Ist ja klar. Ist ja klar, dass der Apfelkuchen geht wie Sau. So, was brauchen wir dann noch eigentlich? Eigentlich schon wieder nichts mehr, ne? Außer hier nochmal gießen, ne? Das war's dann irgendwie. So, wir müssten mal hier... Die müssen wir mal rupfen. Die müssten wir mal zupfen. Danke. Einmal hier, einmal hier, einmal da. Neu einlegen. Dankeschön. Jawoll. Dann hier. Auch nochmal neu rein. Sehr schön. Da gibt's fast nur noch gelbe. So gefällt mir das. So mag ich das. Mit ordentlicher Qualitätsstufe. Aber ich hab beim Spielen schon bemerkt, bin so ein, bin so ein gebranntes Kind, was, was Diablo und so betrifft, ne? Also, gerade, wenn du dann sowas Oranges siehst, dir denkst du, boah, geil. Legendärer Weizen. Ja, dann, dann weißt du, die Computerspielindustrie hat bei dir voll zugeschlagen. Okay. Okay. Lauf. Da. Äh. Ja. Okay, wir haben keinen Weizen mehr. Wir haben... Nö, eigentlich... Eigentlich haben wir nichts mehr. Ich würde aber trotzdem sagen, ich wünsche euch jetzt... Ja, aber ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst dich zu bewerten. Bis dahin. Und ciao.